Hiho meine Freunde, Willkommen hier bei mir, bei eurem Triemer, hier bei den Technomancer. Letztens haben wir den großen Muskelmann, dem Beck, geredet, geholfen, dass ihr neue Arbeit habt, wo ihr jeden Tag zu essen und zu trinken bekommt. Dafür muss er bloß auf den Händler aufpassen. So, da wollte er noch, dass wir, ich glaube es war ein Stein, zu seiner Mama bringen. Dann bringen wir ihn mal in diesen Stein. So. Und nochmal zum Beispiel vorab, Info. Ich werde vielleicht nach diesen Videos, wenn ich immer so alle halbe Stunde geschnitten habe, ein Outro hinzufügen. Aber nur, das wäre nur ab jetzt. Also, Part 11. Wurde es beginnen mit dem Outro. Intro gibt's keinen. Ich weiß gar nicht, mach ich mal auf dem Outro. Ach, du wirst es sehen. Wenn im Endeffekt ein Outro ist, ist ein Outro da. Wenn nicht, dann halt nicht. nicht? Oh ja, die tun mir auch leid, von ihren Eltern entfressen, ey. Ich hab gedacht, ich hab jetzt gedacht, man könnte jetzt hier runterspringen. Aber dies war anscheinend nicht so. Schade, dass ich die Menschen nicht wegschubsen kann. Echt? Schade. Ich würde jetzt hier wegschubsen. Ob es mein letzter Schubser gewesen wäre, sein würde. So. Hier oben ist schon unsere Aufrufzeichen. Ausrufe. Du bist die Mama? Sieht schon so alt aus. Hey there! Hey there! Oh! Sohn Hä? Was ist falsch mit dieser Corporate? If all the bigwigs gone crazy, that poor woman has resorted to eating a stone just to get away from the ASC. This is completely insane. What are we going to tell the mutant? We're going to tell him his mother's dead. Unless you've got a better idea. Diese Clans, sie müssen alle sterben. Eher nicht Clans, eher Gangs. Clans sind wieder, wieder... Einzelne Dorfgruppierungen. Ich meine dafür nicht Clans, ich meine Cl... die Gangs... Wollten die Frau erschießen im Weg einen verdammten Stein, da könnte ich wieder ausrasten und... Aaaaaah! Naja, Einsteckenwaffe. Die Rache wird noch kommen. Die Rache wird noch mit uns sein, meine Freunde. Das ist, was siebte... Leider müssen wir... Wegerzählen... ...dass seine Mom tot ist. Ich glaube, er wird es, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie er es verkraften würde, weil er hat nicht gerade so viel Intelligenz. Ich weiß nicht, ob er es checkt, dass seine Mom gestorben ist oder nicht. Ich glaube, er wird es gleich sehen. Ich weiß nicht, Beg. Ich habe deine Stonung an deine Mutter, aber sie stirbt. Ich glaube, dass sie ein Suizid gemacht hat, weil die Polizei sie überrascht hat. Sie hat die Stonung in ihre Mouth und stirbt. Mutter? Mutter, Dad? Nein! Ich bin wirklich Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass sie so etwas tun würde. Er wusste es, was tot heißt. Tut mir leid, Beg. Und es war die Polizei? Wo ist die Polizei? Wo ist die Polizei? Nein! Naja... Ich kann nicht einfach gegen die ganze Stadt kämpfen. Das ist... Gegen die ganze Stadt zu kämpfen ist Lebensmütter. Ja, ja, labere ich nicht so. Ich kann nicht so. Ich kann nicht so. Schutzkappe? Ich lass lieber so, da hab ich wirklich etwas Widerstand gegen Gift. Also, ja. Ähm, okay, was steht denn an? Mal gucken. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht sehr so laut. So Bad, Leute, du bist der Letzte. Ich bin jetzt nicht so laut. Sie haben eine Verbreitung. Nein, ich nicht. Wo willst du mich gehen? Schau, Freunde, du bist ein bisschen schlimmer für dich und ich fühle dich. Ich bin echt nicht in der Lage, also, einfach geht es um mich noch nicht vor, bevor ich meine Patienz. Was soll du machen? Beat ein oberer Vorvat, der seine Hand auf der Front verloren hat? Ich versuche nur zu sehr sehr für Sierem, um... Hä, bedrungen geht es ab, bedrungen geht es auch noch. Ich hab... Ich habe auch ein Geheimnis, Herr. Ich habe wieder zu Beginn, aus der Abundanz. So, schuldig ich, habe ich diesen Schmuggler gefunden. Wer du für dich beschäftigt hat, bedrungen für ihn. Ja, das ist richtig. Ich bin alle anderen, die eine-artige Füße, die du hier gesehen hast. Du kennst wo ich diesen Scheiß? Er wird in der Station. Aber es gibt keine Chance, dass du da nicht nachher nahm ihn dressed wie das. Du musst zu sein, wie ein echtes Person. Ein von uns. Und das ist alles, was ich dir sagen kann, ist, dass du mich allein bist, bitte? Hey da, Fiorello. Zachariah! Ich verhofft, wenn mit mich zuzulabern! Okay, hier, Wettlerlumpen. Verkaufen. Hab ich irgendwas zuverkaufen? Nee, hab ich nicht. Okay, ich ladere Multis damit. Oh, was? Oh, was? Oh, solltest du so viel Battlerlumpen mehr kriegen? Oh, warte mal. Kann ich denn so gut in dich wegkommen? Kugel mal. Ja, cool! Ich, Alter. WTF? Okay. 1500? Ich hab da mal die Bühne gefunden. Sooo, Battlerlumpen. Wahhh, das ist so überst... Ich wette mit euch, dass wenn ich das erst angezogen habe, weil ich mit meinen beiden Leuten die Battlelumpen angezogen habe, runter gehen müssen, bis wir uns hundertprozentig rund rumkloppen. Und guck dir mal an, wir haben kaum Widerstand beim Battlelumpen anziehen, ey. Das wird so verdammt nochmal schwierig. Ich denke, es wird so verdammt nochmal schwierig, ey. Dass es so richtig hart wird. Ach, ich kann doch da lang gehen. Ich bin so ein Noob. Ich wette mit euch, wir müssen mit uns den rumprügeln und Battlelumpen, die kaum Verteidigung haben als ein Forz. Wird echt schwierig. Aber ich kann mich auch irren und es gibt bloß nur Geräte. Naja, ich würde sagen, wir laufen hin und gucken uns mal an, was da abgeht. Ich habe ein paar Kontakten, die können wir helfen. Aber ich würde sagen, ich würde sagen, es wird kostenlos. Und zu werden, wenn ich drei Leute rauskomme, es wird kostenlos für die Gäste und die Offiziere. Das ist nicht günstig. Aber wenn du hast die Serum, wir können dich auf deinem Weg bringen. Ich habe dir alles, was ich konnte zusammenarbeiten. 200! Das tut mir weh! 200 Serum! Das tut mir doch weh! 200! 200 schwerverdiente Serum! Das ist doch böse! Guck mal hier drin, was drin ist! Metallschut! Über die Decken! 200 Serum! Das Auto hat bloß noch 1300! Alter, das ist ein Klaus ganz schön teuer! Ich hoffe, dass ich verhaften kann und das Doppel zurückkriege! Oder das Zehnfache! 100-fache? 1000-fache? Mir ist egal, Hauptsache ich kriege mein Geld zurück! Toi, ich muss ja auch noch Untergrund suchen! Wo die ganzen Monstern sind! Die ganzen Kreaturen des Untergrunds! Soooo, darf ich jetzt eigentlich wieder umziehen? Das wäre echt schnieke! Das ist eine Verwechslung! Das ist eine Verwechslung! Ich ziehe das mal aus! Ich ziehe das mal aus! Nein! Verdammt! Aaaaaaah! Äh, das hier kriegst du! David? Du kriegst das hier! Und ich krieg meins wieder! So! So stimmt alles wieder überein. Warte, da ist ein Schrank. Da ist ein Schrank. Den ich knacken kann. Was? Eine Kapuze? Eine Kapuze! Ich weiß gar nicht wie die ist. Ninja! Ich bin ein Ninja! Okay. Okay, das mag ich mehr. Du dagegen bist ein Arzt. Kriegst das hier. Noch nicht passt die Ninja-Ausrüstung, dann passt's. So. Ne, gegen Elektrizität, die komischen Viecher, gegen Gift, komischer allgemein noch richtig klar, weil... Bis jetzt hatten die Kämpfer noch die Einzigen mit Gift. So. So. Hier sind wir. Ein paar Idioten suchen für ein Weg raus. So schwer, sie werden für alles. Ist das wirklich, was du denkst, hier passiert? Warum? Willst du resistieren? Das ist der Fall. Wir werden dich dann töten. Haha! Nein! Nein! Stop! Stop! Hier ist dein Serum! Geh es zurück! Ich werde das! Ich werde das! Alles, was du möchtest, lass mich weg! Nein! Nein! Sorry! I'm not the lenient type. Especially not with those, who don't give leniency to others. Only thing you deserve, is to die. Du Stocher sind nicht... Aua! Danke schön! Auf der Doktor in Ruhe! So. Sorry, Leute, aber der verdient den Tod. Ich kriege es ab, weil ich ein schlechtes Karma bekomme, aber... Ihr wisst, dass ich mich über schlechtes Karma aufrege, ne? Aber... Das war es mir wert! Bettler zu betrügen? Auszurauben? Ne, sorry! Das kann ich echt nicht zulassen! Da kriege ich nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn noch am Leben lasse! Was ist das hier? Oh, ein Schrott! Das war es mir wert! Ihn zu töten... ... beruhigt mein Gewissen! Klingt ein bisschen böse, oder? Ach, aber noch ein bisschen! Ah, Stufe 3! Naja... ... blöööö... ... oder quält oder tötet. Und ich krieg auch noch Serum aus seinem Blut. Yay! Ich bin so gut! Okay. Ich spiele das Eigenlob stinkt. So, da haben die Bettler nichts mehr zu befürchten. Hätte ich es laufen lassen, hätte... Hätte ich es laufen lassen, hätte er mit der Scheiße weitergemacht. Und die Bettler hätten jetzt immer noch keine Ruhe. Also... Habe ich ihn getötet? Ja, ja, ja. Ja. Das war nicht mal ein Schmuggler. Ja. So ein Böser Mann. Jetzt tu das. So. Okay. Überfluss. Überfluss. Jedes Mal denke ich, dass Überfluss sich als Stadt gemeint ist oder als Ort, halt als Wort. So. Ich habe Geld in Überfluss. So in etwa. Wisst ihr? Das ist echt verwirrend. Aber erst mal bevor ich die Mission mache, gehe ich erstmal zur Werkbank und gucke, was ich upgraden kann. So. 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 Your captain told you I was heading out, did she? I should be grateful. It is good to see you. Perhaps for the last time. I'm waiting for the front as is expected. I wish you could stay longer. Wish that I could as well. If not only to appease my concern for you. But their will moves more than my desire. So they separate us. As they always have. To keep us divided. And I fear to further isolate you. Stay wary. Mindful. You are in their sights, my dear Zechariah. You are the newest initiate. The youngest. And so to them, the most attainable. And the shortest route to knowing our secret. Such is our world. We are pawns in a chess game played by imbeciles. Clinging to nothing but illusions of power. And the real power that illusion brings. Take care, Zechariah. Take care. I will. My word. Until we meet again, Master. I'm afraid this is more of a farewell. And it's Sean. Forget me not. Pass auf dich auf. Mein Freund. Mein Meister. It is always sad to see a friend leave. Especially when you know that he's going to risk his life every day. You must be feeling very lonely. It is up to you to earn a new friend. To support you through hard times. A friend powerful enough. Have you thought about my request? What's a little secret shared? What's the strong friendship after all? I would be honored to have you among my friends, Colonel. But alas, I don't know what secret you're alluding to. I'm sorry. A pity indeed. Because you will find out. Soon enough. While I can be a great friend. I can also be a fierce enemy. See you later, Lieutenant. I don't like the ass. I don't like the ass. I don't like the ass. I would have to kill him now. But... Until next time... I canование is really shattered. I'll go for a month ... Right... I'll be right back. How old is now? Okay? I'll be right back. I'll be right back. Was war noch mal? Arbeitsbereite Mutantengruppen Bringt die Mutanten dazu weiterzuarbeiten Ich glaube die Mutanten würden sogar freiwillig arbeiten Würdet ihr nicht sie halten wie verdammte Sklaven? Denkt man, man ist aus wie diese Sklaven-Hierarchie raus Dann holt es doch wieder einen ein Wieso gehe ich jetzt mal hier lang? Jedes Mal mache ich den gleichen Fehler, dass ich hier lang gehe Sooo Sooo Hey! Leute, die Mutanten! Willst du arbeiten? Ich will nicht angreifen Ich will nicht angreifen Ich wisse gar nicht dron Mann... Aber es gibt nur zwei verdammte Möglichkeiten. Entweder angreifen oder drohen. Dann drohe ich sie lieber. Lass mich sehen. Vielleicht kann ich sie fixen. Wenn die Geräte besser sind, können sie und werden fixen. Das ist ein verdammt Supervisor. Nicht die Geräte, weil seine Arbeit sind mutanten. Es sind unsere Leben, die hier sind. Meine ganze Familie ist in den Slums. Das bedeutet, keine Geräte.